Herzlich Willkommen zum Prospekte angebotete Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Gut und günstig Speisequark 1,19 Euro. Gerollsteiner Mineralwasser 5,99 Euro. 1 kg Hackfleisch gemischt 6,99 Euro. Gut und günstig Langkorn Spitzenreis 1,19 Euro. Gut und günstig Kaffeekapseln 2,99 Euro. Allzwecktücher 1,99 Euro. Supersoft Taschentücher Box 1,25 Euro. Gut und günstig Königsberger Klopse 1,99 Euro. Delikatesse Fleischwurst Aufschnitt 99 Cent. 250 Gramm Käse Aufschnitt 1,59 Euro. 6 Stück Vitamindrink 3,69 Euro. 750 Gramm Rosenkohl 1,29 Euro. 250 Gramm Edeka Mini Pak Choi 1,49 Euro. 125 Gramm Biokultur Heidelbeeren 2,22 Euro. 1 Kilogramm Clementinen 1,49 Euro. 2 Kilogramm Orangen 2,49 Euro. 250 Gramm Brombeeren 1,99 Euro. 400 Gramm Champignons Weiß oder Braun 1,49 Euro. 1 Kilogramm Kasseler Lachsbraten 7,99 Euro. 100 Gramm Putenschnitzel 1,29 Euro. 1 Kilogramm Rinderweinscheibe 8,99 Euro. 100 Gramm Hähnchen Gyros 1,39 Euro. 1 Kilogramm Goldsteig Emmentaler 79 Cent. 100 Gramm Holsteiner Putenbrust 1,79 Euro. 100 Gramm Schinkenspeck 1,29 Euro. Pommersche Gutsleberwurst 1,99 Euro. 175 Gramm Vegane Fleischwurst 1,99 Euro. The Original Oatly Haferdrink 1,79 Euro. 125 Gramm Old Amsterdam 1,99 Euro. Lachsfilet mit Haut 6,99 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.